Joooooo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde in My Girl Creek Survival Games Ich hab grad so ne geile Runde Oh man, natürlich vergisst man den Ton aufzunehmen, beziehungsweise an seinem Mischpult den Zaun anzumachen Hey! Die Runde hab ich Eiszeit gewonnen und ich so im Nachhinein ich guck so auf meinen Mischpult, ich denk mir so Gott, dammit Genauso denk ich So, dann könnten wir ja hier unten an die Kiste So, gut, dann könnten wir hier an Zapp, Eisen, Brust Die haben wir schon Langsam könnte man ja mal ein Schwert bekommen Das seht ihr doch bestimmt auch so Da kann man raus sein Hier oben, haben wir hier oben eine Kiste Ja! Ein Schwert! Ein seltenes Exemplar einer seltenen Spezies Sie heißt Sie heißt Schwert! Gott! Da kommt man nicht hin Hm Hm, doch, da kommt man nicht hin Diese seltene Spezies Ich hab noch keinen Kill gemacht und noch sechs Spieler Wow! Gut! Jetzt gehen wir mal auf Kills Neues Neues Ein besseres Schwert wäre auch geil Das, was ich haben will Das nennt sich Steinschwert Für die Leute, die nicht wissen Was das, was ich meine ist Ich nenne es Steinschwert Ja, Steinschwert ist eine seltene Sehr, sehr seltene Spezies Noch seltener als ein Schwert Diese seltene Spezies Die ist sogar so selten Dass es, äh Sogar sehr, sehr hohe Gewinne dafür gibt Und zwar Wenn man damit jemanden tötet Bekommt man Sehr, sehr viele Punkte So Jo! Da hab ich's! Da hab ich's! Da hab ich's! Ja, da regt jetzt sie Das recken wir Da regt ich alle Leute DedeICK DERDUDE DERDUDE Y-yayyy Und jetzt REC岫 nehme ich Überhaupt auf Y-yay Ich nehme sogar den Sound auf Oh mein Gott ich nehme den Sound auf Was da Los? Jetzt wirklich dann Gleich mit Abstand Das ist mit Abstand die schlechteste Je gespielte Runde wo ich bis ins Dash Match komme mit Abstand wirklich ich mit abstand das schlecht war schlecht das habe ich noch nie gespielt sagt die Prozessin umgekehrt in dem Geld und jetzt sind die Schöne abkommen ich mag die märz Ey, ey, ey. Mann, scheiß Abstauber. Mann. Ist nicht mehr normal. Es gibt's nicht. Ja gut. Hab ich gesagt, dass das die schlechteste Runde war? Ey, wenn ich die sogar gewonnen hätte, das war richtig behindert. Stell dich das mal vor, ich hätte jetzt gewonnen. Jo. Was wär da mit mir los? Egal, ich hoffe, es hat euch gefallen für die neunte oder zehnte Runde. Und ja, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr's da runter macht, dann seid ihr Loser. Yay. Tschüss.